Drei Monate benutze ich jetzt diesen Aura Ring. Diesen Aura Ring, was mir in dieser Zeit aufgefallen ist und was mich überrascht hat in diesem Video, verschaffen wir uns erstes mal einen Überblick, womit wir es überhaupt zu tun haben. Diesen Ring gibt es in vier verschiedenen Farben. Gold, Silber, Schwarz und Stealth. Diese Farbe, die ich hier ausgewählt habe, ist Schwarz. Das ist auch die kostengünstigste Variante von dem Aura Ring in der Version 3. Wenn man den bestellt, dann bekommt man als erstes hier so ein Set zugeschickt mit Fake-Ringen. In 13 verschiedenen Größen kann man das Ganze dann bestellen und kann ausprobieren, welcher Ring am besten zu einem passt. Bei mir logischerweise trage ich den sehr, sehr gerne am Mittelfinger, aber auch hier am Zeigefinger. Das sind eigentlich so die beiden Finger, wo ich ihn benutzen kann. Man muss ein bisschen darauf achten, dass der relativ leicht drauf sitzt und das ist hier bei diesen beiden Fingern der Fall. Hier beim Ringfinger, da wird es schon ein wenig locker. Das Gewicht des Rings liegt bei 4 bis 6 Gramm. Das ist wirklich super leicht und das merkt man auch, wenn man ihn in der Hand hat oder auf dem Finger trägt. Das ist super leicht, es ist überhaupt nicht nervig. Normale Ringe sind in der Regel sehr viel schwerer. Das Material ist Titanium und das ist sehr, sehr kratzfest. Also ich habe hier jetzt in den drei Monaten, wo ich nicht wirklich darauf geachtet habe, ob ich jetzt den Ring oben habe oder ob ich gerade irgendwas mache, was vielleicht nicht so gut ist, noch keinen Kratzer wirklich reinbekommen. Was die Form angeht, da hat man keine große Wahl. Der Ring sieht so aus, wie er aussieht in allen Farben. Ihr seht, dass hier oben ist so eine kleine Fläche, die oben sein soll, aber nicht muss. Und außenrum ist es dann ganz normal, ohne Inschrift logischerweise. Was die Batterie angeht, der Ring hat bei mir so 5 bis 8 Tage gehalten. Dann musste ich ihn aufladen. Je nachdem, wie voll oder wie leer er war, dauert das 20 bis 80 Minuten. Dann ist er wieder voll. Ich mache es aber in der Regel immer so, dass ich ihn abends, wenn ich mich im Bett fertig mache oder morgens, wenn ich im Bad bin, einfach drauflege, auflade und dann brauche ich in der Regel nicht alle 5 bis 8 Tage den drauflegen, sondern er bekommt dann in diesen 10, 15, 20 Minuten im Bad immer genügend Batterielaufzeit, sodass man sich nicht wirklich darum kümmern muss, jetzt mal wieder aufzuladen. Der Ring benutzt zur Konnektivität Bluetooth Low Energy. Das heißt, der Datenaustausch findet logischerweise über das iPhone statt und dort hat man dann eine App, worüber man beispielsweise Firmware-Updates machen kann, aber auch natürlich seine Schlafdaten bzw. seine Aktivitätsdaten auf das iPhone übertragen kann. Was die Wasserfestigkeit angeht, muss man sich auch keine Gedanken machen. Der Ring ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Den Ring muss man jetzt auch nicht wirklich sauber machen. Klar kann man ihn ab und zu mal abwischen bzw. hier in die Sensoren ein bisschen sauber machen, aber es ist nicht so, dass sich irgendwie Dreck dort ablagert. Ganz im Gegenteil, weil es auch ein glattes Material ist, bleibt da nicht viel Staub und Dreck hängen. Kommen wir jetzt mal zu dem, was den Ring ausmacht und das ist seine Form. Nein, das sind die Sensoren, die verbaut sind. Und zwar sind hier in dem Inneren des Ringes sieben Sensoren verbaut, die die Körpertemperatur 24 Stunden, sieben Tage die Woche checken und aufzeichnen. Logischerweise wird auch die Herzfrequenz aufgezeichnet und vor allen Dingen auch ganz wichtig, die Herzfrequenzvariabilität. Blutsauerstoff geht derzeit noch nicht, soll aber mit einem Firmware-Upgrade dieses Jahr noch kommen. Wer nicht nur auf guten Schlaf, sondern auch auf gesunde Ernährung achten möchte, den kann ich unseren heutigen Sponsor nur ans Herz legen. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und vor allen Dingen auch unserer Umwelt. Und genau da setzt Athletic Greens an mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, die dein Immunsystem stärken, die deine Verdauung verbessern und beispielsweise die Regeneration und den Stressabbau fördern. Das ist einfach ein ganz feines Pulver, was man sich jeden Morgen, also ich mache es beispielsweise jeden Morgen, abfüllt. Das hier zum Beispiel ist gerade die Reiseversion. Die füllt man einfach in die Flasche und gießt dann mit Wasser einfach das Ganze auf. Dadurch, dass es so ein feines Pulver ist, verbindet sich das super schnell. Einmal zugedreht. Vorher habe ich immer meinen Tag mit Kaffee gestartet. Jetzt starte ich mit Athletic Greens. Ich mache da auch manchmal noch ein bisschen Zitrone rein oder beispielsweise das Ganze mit warmem Wasser und trinke es als erstes am Morgen. Ich trinke Athletic Greens jetzt, glaube ich, zehn Monate und ich habe auf jeden Fall festgestellt, meine Nägel wachsen sehr viel schneller. Ich habe nicht mehr so einen Jap auf Kaffee. Ich trinke, glaube ich, nur noch einen Kaffee am Tag. Mein Immunsystem hat sich deutlich verbessert. Meine Verdauung ist sehr viel besser geworden. Vielen Dank für die Info. Und ich habe auch nicht mehr so einen Heißhunger zwischendurch, mir irgendwas zu holen. Das Ganze funktioniert immer wohl. Ihr geht auf www.athleticrings.com. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und zu eurer ersten Bestellung bekommt ihr auch noch einen Vorrat an Vitamin D dazu und fünf Travel Packs. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ihr habt 60 Tage Geld zurückgarantie, wenn es euch nicht gefällt. Aber es wird wahrscheinlich so sein, wie es bei mir ist. Ich benutze es seit zehn Monaten und bin super happy damit. Weiter geht's. Vor dem Aura Ring habe ich immer Sleep Tracking mit der Apple Watch gemacht. A. Mich hat aber sehr gestört, die Apple Watch nachzutragen, weil ich sie einfach sehr schwer finde und ich immer irgendwie die Tendenz habe, die Apple Watch ablegen zu wollen über Nacht. Und B. Die Apple Watch verfolgt nur die Schlafdauer und die Zeit, wann man eingeschlafen bzw. wann man aufgewacht ist. Und das Ganze erst auch seit 2020 mit WatchOS 7 ging das los. Man bekommt keinerlei Informationen über die Schlafqualität. Es gibt natürlich andere Apps von Drittanbietern, wie beispielsweise auch Sleep Cycle, die ich extrem lange benutzt habe, die schon sehr, sehr gut sind. Aber auch die verfolgen ja nur den Schlaf. Und es gibt keinerlei Rückschlüsse, beispielsweise wenn ihr schlecht geschlafen habt, dass ihr sozusagen am nächsten Tag nicht irgendwie voll reinhaut, sondern euch ein bisschen zurücknehmt. Das passiert bei diesem Sleep Cycle beispielsweise als auch bei Apple überhaupt nicht, sondern es wird nach wie vor von euch verlangt, dass ihr eure Ringe voll macht. Ganz egal, wie schlecht oder wie gut ihr auch geschlafen habt. Wenn wir jetzt mal in die Aura-App reinschauen, dann werdet ihr relativ schnell sehen, was dort alles getrackt wird und was man an Informationen bekommt. Hier sehen wir gerade, es wird aktualisiert und dann zeige ich euch mal, welche Informationen man hier sehen kann. Es teilt sich in die drei Bereiche auf, die ich eben schon mal angesprochen habe. Erstmal die Tagesform, Schlaf und Aktivität. Das würde ich sagen, sind die Hauptbereiche. Wenn wir hier jetzt mal in die Tagesform reingehen, dann könnt ihr hier erstmal sehen, wie ist mein Ruhepuls derzeit bzw. im Durchschnitt und ich kann in jeden Bereich reingehen. Diese App ist wirklich super gestaltet. Hier geht man rein und dann geht es ins Detail. Falls man sich hier nicht zurechtfindet oder nicht weiß, was damit gemeint ist, kann man hier immer auf das kleine i gehen und bekommt hier einmal eine Information, ob es jetzt gut ist, wie der Ruhepuls ist oder nicht so gut oder ob man darauf achten sollte. Und hier kann man dann wieder zurückgehen. Hier sehen wir die Herzfrequenzvariabilität. Die können wir auch entsprechend verfolgen, können uns auch hier Informationen darüber einblenden lassen, ob es gut oder schlecht ist. Und hier ganz wichtig, die Körpertemperatur. Darüber können wir extrem viel ablesen. Beispielsweise schon bevor wir krank werden oder einen Infekt haben oder auch bei Covid beispielsweise, kann man hier schon sehen, okay, der Körper erhitzt sich langsam. Das heißt, ein Infekt naht und man kann sich dann mit entsprechenden Ruhezeiten vielleicht erholen bzw. den Körper ein bisschen entlasten. Des Weiteren sehen wir hier die Atemfrequenz und wir bekommen eine generelle Tagesform, die sich aus diesen verschiedenen Punkten beispielsweise aufschlüsselt. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil manchmal mache ich genug Sport oder ein bisschen zu viel und am nächsten Tag fast gar nichts, dass sich das ein bisschen die Waage hält und kontinuierlich ist. Das ist sozusagen die Tagesform. Wenn wir jetzt weitergehen in den Schlafbereich, dann bekommen wir hier auch eine super detaillierte Information. Erstmal die Gesamtschlafzeit. Dann sehen wir die Zeit im Bett. Wir sehen die Schlafeffizienz. Wie effizient war der Schlaf tatsächlich? Das gliedert sich hier unten auch nochmal auf. Der Ruhepuls und wir können dann auch hier wieder reingehen und können uns das täglich, wöchentlich, monatlich anzeigen lassen. Wenn wir jetzt hier nochmal ein Stück runter gehen, dann kommt auch ein sehr, sehr interessanter Bereich, weil hier, der ist auch wieder sehr detailliert. Wie oft sind wir aufgewacht? Da seht ihr hier, weiß ist beispielsweise wach. Dieses helle Blau ist der AM-Schlaf, wo man beispielsweise sehr viel träumt. Dann kommt der leichte Schlaf und dann kommt der Tiefschlaf. Aus diesem Mix ergibt sich dann auch mit die Tagesform, gleichzeitig mit der Herzfrequenz. Wenn man beispielsweise abends mal ein Gläschen Wein getrunken hat oder Bier, habe ich tatsächlich gemerkt, dann wird man merken, dass hier oben der Ruhepuls deutlich höher liegt. Da war es teilweise bei mir bei 50, 60 pro Minute, weil der Körper richtig am Ackern ist. Oder auch beispielsweise, wenn man spät gegessen hat, dann merkt man auch sehr, sehr schnell, dass der Schlaf entsprechend darunter leidet, weil der Körper halt das Essen verarbeiten muss. Auch sehr, sehr interessant ist hier Timing und Latenz. Das heißt, hier wird darauf geachtet, wann geht ihr ins Bett? Geht ihr regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett, weil das ist natürlich besser für den Schlaf? Und wie schnell schlaft ihr ein? Also braucht ihr 10 Minuten, braucht ihr 3 Minuten, daraus ergibt sich natürlich auch eure Ermüdung. Wie ermattet seid ihr wirklich, wenn ihr extrem schnell einschlaft? Und die Aura-App gibt euch dann entsprechende Maßnahmen, die ihr durchführen könnt, um euch zu entspannen. Ein weiterer Vorteil, ihr müsst bei dem Ring nichts einstellen, sondern ihr macht den Ring einfach um und der Ring erkennt, wann ihr einschlaft. Der erkennt sogar, wenn ihr auf der Couch beispielsweise ein Nickerchen macht, wird das erkannt aufgrund natürlich von eurem Ruhepuls bzw. von eurer Herzfrequenz. Und auch wenn ihr beispielsweise ein Training macht, wir gehen mal hier in den Aktivitätsbereich und ihr geht laufen oder Fahrrad fahren, dann wird euch dieses Training entsprechend angezeigt. Ihr seht hier unten beispielsweise, das waren beides Strecken, die ich zurückgelegt habe, wo die Uhr das erkannt hat. Und die fragt dann die ersten Male ab, war das gerade Gehen, was du gemacht hast? War das gerade Fahrrad fahren? Und dann kann man das einmal bestätigen und dann ist das als Aktivität sofort hinterlegt. Auch wenn wir hier reinschauen bei der Aktivität, wir sehen erstmal die Kalorien, die verbraucht werden. Wir sehen den Gesamtverbrauch, wir sehen die Gehstrecke, die wir an dem Tag zurückgelegt haben und natürlich auch die Schritte, die wir zurückgelegt haben. Des Weiteren wird auch inaktive Zeit überprüft. Das heißt, wenn ihr zu lange auf der Couch rumliegt oder zu wenig euch bewegt zwischendurch, wird das entsprechend auch hier angezeigt. Und aus diesen drei Bereichen, das heißt, was man tagsüber so macht, wie viel man unterwegs ist, wie der Schlaf gewesen ist, wie gut man geschlafen hat und wie viel Sport man beispielsweise gemacht hat, ergibt sich dann dieser Tagesformwert, der einem zeigt, hey, sollte ich es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen oder bin ich eigentlich topfit und kann Vollgas geben? Ich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass man für alles irgendein Gadget braucht. Wir müssen uns nicht von diesen Apps und diesen Produkten geißeln lassen, aber wir können die Datenpunkte verwenden. Das heißt, wir nehmen unsere eigene Wahrnehmung, unser eigenes Gefühl mit rein und mischen sie mit den Daten, die wir von den Produkten bekommen. Und dann haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild von unserem Körper. Wie reagiert er darauf, wenn ich beispielsweise später esse, früher esse, wenn ich Sport mache die ganze Zeit und keine Ruhepausen einhalte? Wie war der Schlaf? War der wirklich so, wie ich ihn wahrgenommen habe oder war es tatsächlich ganz anders und ich habe einfach eine andere Wahrnehmung? Bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, ich übertreibe gerne, ich habe das Gefühl, ich habe noch Kraft, ich kann noch, aber eigentlich merke ich über die Datenpunkte, okay, ich sollte ein bisschen Pausen machen, ich sollte mal ein kleines Nickerchen machen, sollte mal einen Tag ein bisschen das Ganze ruhiger angehen. Das sind einfach super wichtige Datenpunkte, aus denen ich selber lernen kann, wo ich dann meinen Tag besser optimieren kann und dann einfach energiegeladener bin und dann natürlich auch sehr viel mehr schaffe, beziehungsweise auch weiß, okay, jetzt ist mal Feierabend, jetzt wird mal entspannt. Dementsprechend fällt mein Urteil wirklich sehr, sehr positiv aus, bis auf natürlich der Preis, der ist ordentlich, aber wenn man das jetzt in den Kontext setzt, über mehrere Jahre beispielsweise diese Information zu bekommen, dann finde ich es auch wieder in Ordnung. Jetzt seid ihr aber dran, schreibt mir in die Kommentare, was ihr über diesen Ring denkt, was euer Eindruck ist nach diesem Video beispielsweise und wie ihr damit umgeht, ob ihr auf euren Geist und Körper nur hört oder ob ihr auch sagt, Datenpunkte sind wichtig, achte ich auf jeden Fall drauf, wie beispielsweise auch mit der Apple Watch, was ich ja auch mache. Das soll es jetzt aber wirklich von meiner Seite gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.